Moin moin meine lieben Steam Deck Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabi und heute gibt es ein paar Mod Empfehlungen für Fallout 4 auf dem Steam Deck. Ganz wichtig ist im Vorfeld, ihr solltet den Mod Manager installiert haben. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch hier in dem Video, was hier oben verlinkt ist. Ansonsten gibt es 30 Mod Empfehlungen. Da ist nichts Grafisches dabei, das sage ich euch jetzt schon. Also nichts wirklich grafisch aufwendiges, damit wir das Steam Deck nicht überlasten. Und um die Legion Go und Walk Ally Fans noch abzuholen, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, da empfehle ich einfach, wenn ihr Grafikmods installiert, weil die haben auf die anderen Mods eigentlich relativ wenig Einflüsse. Nehmt nichts über 2K Mods oder wählt, wenn es vorhanden ist, Performance Varianten bei Nexus Mods. Ansonsten seid ihr da eigentlich relativ frei, weil so viel VRAM schlucken die Mods dann auch nicht, solange ihr nicht 4K Texturen herunterladet. Also Mod Manager oder Mod Organizer installieren und dann legen wir los. Noch eine ganz wichtige Info ist auf jeden Fall, das ist essentiell, damit das am Ende läuft. Bei Fallout 4 im Vorfeld müsst ihr die Kompatibilität auf Proton 706 einstellen. Dann kann es sein, wenn ihr den Mod Manager schon im Vorfeld installiert haben solltet, dass er dann aufstellt und sagt, sollen wir zu dieser Instanz wechseln? Ja, dann klickt Switch to Instance, nicht Close. Also ganz wichtig, ihr müsst Proton 706 aktivieren für diese Geschichte hier. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Mods vorbereitet für euch. Also ganz wichtig ist, wie gesagt, ihr müsst den Mod Organizer installiert haben. Und dann gehen wir doch mal direkt rein. Was ich auf jeden Fall nochmal empfehle, ist, ihr müsst den Fallout 4 Script Extender installieren für einige Mods. Also das empfehle ich nicht, das ist sogar zwingend für die Mods, die ich empfehle. Also laden wir das Ganze einfach mal runter als 7zip Archiv. Das Ganze ist jetzt hier runtergeladen. Und dann öffnen wir mal das ganze Archiv. So, das minimieren wir mal. Und dann gehen wir nochmal in Steam rein. Unter Bibliothek. Vorlord 4 rechtsklick. Und dann unter Installierte Dateien und Durchsuchen. Da müssen wir nämlich dann einiges hinein kopieren. Und wir sehen hier schon, hier ist Fose 4 schon teilweise drin, durch den Mod Organizer. Aber wir packen das Ganze hier nochmal dementsprechend rein. Und zwar wählen wir einfach mal alles aus und kopieren das einmal hier rüber. Und dann dürften dementsprechend schon alles hier vorhanden sein. Fose Loader ist dementsprechend da. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und zwar müssen wir jetzt, damit der Fose Loader, oder ja, ich nenne es Fose Loader, der Fallout 4 Script Extender läuft, müssen wir das Ganze nochmal mit Proton Tricks bearbeiten. Und auch hierzu findet ihr in der Linkliste ein Guide. Den laden wir mal runter. Oder dementsprechend als Fallout 4, ach, Fallout 4, als PDF. Den laden wir runter, öffnen den mal. Und dann gucken wir da mal rein. Morning Fallout 4 auf dem Steam Deck. Gibt es extra einen Mod. Äh, heute habe ich es wieder. Äh, ich habe es eigentlich gesagt, das ist halt immer. Das ist fürchterlich. So, und wir brauchen Proton Tricks. So, das machen wir mal Step by Step. Wir nehmen Proton Tricks. Wir gucken mal, ob wir Proton Tricks auf dem Steam Deck installiert haben. Das dürfte eigentlich der Fall sein. Wenn ich mich gut vorbereitet habe, haben wir. Dann starten wir einmal Proton Tricks. So, und jetzt gucken wir nochmal in die Datei rein. So, Proton Tricks, Default Wine Prefix. Also wir sollen Proton 4 auswählen. Machen wir. Und dann warten wir eine Sekunde. Weil da braucht immer ein bisschen der Proton Tricks. Ein bisschen Jo, Jo, Jo. Das lässt sich mal ganz gerne mal Zeit für solche Geschichten. Da warten wir doch mal gerne eine Sekunde. Und da läuft. Dann ist es da auch schon. Und Standard Wine Prefix auswählen. Und dann wählen wir aus. Äh, ja, wir können das gerne machen. Ja, ist gut. Und dann müssen wir auswählen. Install Windows DLL or Component. Also Windows DLL installieren. Und dann brauchen wir Visual C++ 2015 bis 2019. Und dann müssen wir da mal runter scrollen. Visual C++ 2015 bis 2019. Das installieren wir einmal. Das dauert jetzt auch wieder ein Weitchen. Bis er diese Komponente heruntergeladen hat. Und zur Installation vorbereitet hat. Und das wäre dann der nächste Schritt. Aber das machen wir dann am Ende des Videos. So. So. Äh, so der, ähm, ach, wie nennt es sich jetzt nochmal, der, ähm, nicht Hashtag, der Hashtag, der ist vielgeschlagen. Und dann, ja, das läuft. So, da sind wir dann jetzt auch schon. Also, wie gesagt, diese Fehlermeldung einfach wegklicken, installieren. Und dann läuft das Ganze. Und das ist dann jetzt schon abgeschlossen. Und jetzt gucken wir nochmal rein in die PDF. Ob da noch irgendwelche weiteren Hinweise waren. Und ich meine eigentlich nicht. Das machen wir mit, machen wir gleich Nachgang. Äh, ja, das war es dann auch schon. Hervorragend. Und jetzt können wir an die einzelnen Mods gehen. Und die will ich euch einfach nochmal kurz vorstellen. Und danach installieren wir die zusammen. Also, die Auswahl liegt eigentlich darauf, auf sinnvolle Erweiterungen. Nicht irgendwie Grafik megamäßig was aufzurüsten. Oder es ist eine wirklich kuratierte Auswahl an Mods, die ich über die Jahre verwendet habe. Und ich zeige euch es mal ganz einfach. Also, ganz ehrlich, für mich, und das ist jetzt wieder Geschmackssache, ansonsten bespringt das. Ähm, Gewalt geht für mich mit Fallout 4, äh, überein. Deswegen sage ich auch immer, darf das ein bisschen mehr Gore, also Gewalt, beinhalten. Und dann laden wir das Ganze einfach mal runter. So, jetzt, Wine Tricks wurden nochmal beendet. So, Download, das haben wir. Und, wenn wir eine Mod installieren wollen. Das machen wir doch jetzt einfach mal, schwum mal parallel. Fallout 4 wird gestartet. Da wird nämlich der Mod Organizer 2 als erstes gestartet. Und das machen wir jetzt an dieser Stelle mal. So, jetzt startet der Mod Organizer 2. Und jetzt können wir uns eine Mod hier auswählen, aus einem Archiv. Und da haben wir es schon. Ich habe die jetzt ein paar Mal öfter runtergeladen. Go Overhaul. Okay. So, jetzt packt er das Ganze. Können wir gleich abparken. Und fertig. Das ist übrigens so, wie wir es jetzt hier installieren. Das ist für mich die erfolgreiche Ladereihenfolge der Plugins. So, und dann gehen wir weiter. Full Dialog Interface. Das macht das Ganze wirklich einfacher, weil wir können hier, wir hatten sonst immer so eine ganz komische, ja, rundhafte Darstellung der Dialog Options. Und hier wird das ein bisschen angenehmer dargestellt. Können wir dann auch über die XY AB Buttons auswählen. Also empfehle ich auch auf jeden Fall nur. Und wir nehmen den ganzen Manual Download auch hier an dieser Stelle. Nicht wundern, dass es bei mir so schnell geht, weil ich bin halt Premium User von Nexus Mods. Und dann gehen wir hier wieder rein. Installieren. Full Dialog. Und hier ist das Schöne. Wir bekommen nochmal so eine Art Mod Menü. Und hier könnt ihr einfach eure Optionen auswählen, so wie ihr es gerne hättet. Ich nehme einfach die Standard-Variante. Und das war es dann auch schon. Abhaken. Fertig. So. Und das ist nochmal eine coole Mod für Fallout London. Und da ist noch ein ganz wichtiger Punkt, Freunde. Den habe ich schon fast vergessen. Wegen der Next-Gen-Update. Solltet ihr das Ganze jetzt hier modden, sichert euch am Ende euren Fallout 4-Ordner aus dem Steam-Ordner heraus und deaktiviert automatische Updates für eure Fallout 4-Installation. Weil das Next-Gen-Update wird definitiv einige Mods zerschießen. Und meines Erachtens ist das Next-Gen-Update für Steam Deck nicht zwingend erforderlich. Viele sagen, ja, dann ist es doch Steam Deck verifiziert. Ja, Steam Deck verifiziert wird meines Erachtens dann in dem Falle nur heißen. Ja, sobald ich einen Namen eingeben soll, wird die Tastatur automatisch eingeblendet. Aber ansonsten läuft das Spiel einmal frei. Wir brauchen das Next-Gen-Update nicht zwingend für Steam Deck derzeit. Also wenn ihr mit Mods spielen wollt, dann deaktiviert auf jeden Fall das Update und sichert euch eure Installation. So, und jetzt nehmen wir das hier, weil Fallout London Standalone Release bringt noch ein paar ganz coole Waffen mit ins Spiel hinein. Und das packen wir auch mal hier mit rein. Und dann gehen wir hier wieder rein. Wo haben wir es? Na, sehe ich es gerade nicht. Bin ich blind? War ich zu schnell? Ah, es ist ein bisschen größer gewesen. Okay. Deswegen hat es ein Weilchen gedauert. Okay. Da haben wir es auch schon. Öffnen. Fallout Mod Releaser wird installiert. Das ist halt ein bisschen größer als 800 MB. Und lasst auf jeden Fall, das zeige ich euch auch noch mal ganz kurz, die High-Resolution Texture Pack. Lass es weg auf dem Steam Deck. Könnt ihr gerne aktivieren auf dem Rock Ally oder Legion Go. Aber hier würde ich es weglassen. Das seht ihr bei dem Steam Deck. Display-Auflösung, eh nicht die Unterschiede. Und ich finde es auch allgemein, finde ich dieses High-Resolution Texture Pack eine Frechheit für das, was da einen Speicherplatz verbraucht, sind die Unterschiede kaum sichtbar. So, das haben wir hier aktiviert. Dann gehen wir zur nächsten Mod. Und das ist die deutsche Version. Einfach, das ist die deutsche Übersetzung dieser Mod. Auch die laden wir einmal herunter. Und dann dementsprechend gehen wir wieder in den Mod-Manager hinein und nehmen die deutsche Fassung hier. Und dann haben wir das Ganze hier. Und hier müssen wir einfach nur die deutsche Version auswählen. Gucken wir hier nochmal bei Plugins. Genau, wurde aktiviert. Das passt soweit. Alles klar, liebe Freunde. Weiter geht's. Dead Body Collision finde ich auch eine coole Mod. Weil sonst reagieren tote Körper nicht auf euch. Also wenn ihr dagegen läuft. Und das macht schon Sinn. Sorgt für ein bisschen Atmosphäre. Deswegen das Ganze hier auch einmal installieren. So, Dead Body Collision. Auch das aktivieren wir einmal. So, und... Dann haben wir das soweit. Und Improved Maps finde ich auch ganz angenehm, weil dann die Straßen dargestellt werden in dem Pip-Boy. Und ich finde, das macht das Ganze wesentlich übersichtlicher. Und deswegen aktivieren wir auch mal die Improved Maps mit Visual Roads. Hier habt ihr dann auch nochmal die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen. Ich nehme immer Default, drücke Installieren und auch hier dementsprechend einmal aktivieren. Dann, das ist eine coole Mod. Definitiv. Die das Wetter ändert. Und das ist echt... Also das macht Laune. Das können wir uns gleich nochmal ganz kurz im Gameplay anschauen. Das installieren wir einmal. Weil das Wetter wird dadurch echt sehr, sehr gut beeinflusst. Und das macht dann auch einfach Spaß im Spiel. Deswegen Two Storms. So, und hier... Ihr solltet Fallout 4 Game of the Year Edition haben oder die Add-ons. Deswegen sage ich mal hier, wenn ihr das Add-on habt, Hyper, also Game of the Year Edition von Fallout, dann aktiviert das auf jeden Fall. Weiter. Hier würde ich das so belassen. Auch das würde ich... Da würde ich alles auf Default lassen. Gut. Dann gehen wir auch hier weiter. Und jetzt kommt auch hier die deutsche Version. Genau. Die deutsche Version. Auch die installieren wir einmal. Drücken auf Download. Und wir sehen, wir haben hier noch ein paar Packages zu tun. Wie gesagt, die ganzen Installationen... Das mache ich jetzt in einem Schritt auch mit der Beschreibung zu den einzelnen Mods. Und jetzt haben wir hier Two Storm, Deutsch. Auch aktiviert. Und dann gehen wir weiter. In Hands Blood Textures. Ja. Das, wie gesagt, ist optional. Wenn man auf ein bisschen mehr Gore steht. Ich tue es definitiv. Das gehört für mich zu Fallout dazu. Und deswegen müssen wir das auch auf jeden Fall in meinen Augen aktiviert haben. Und jetzt muss ich mal schauen, wo die Mod jetzt hier gelandet ist. So. Wo ist die Mod gelandet? Wie heißt sie? EBT, ja. Aber wo finde ich dich hier, Kollege EBT? Da. Er braucht immer ein kleines Weitchen. So. Und auch hier habt ihr wieder verschiedene Optionen. Ich lasse auch hier alles immer auf den empfohlenen Werten. Hat mir auch bisher immer gefallen. Und dann gucken wir weiter. Das ist auch ganz cool. Viele Bereiche, die vorher nicht zugänglich waren. Irgendwelche Gebäude, die halt zugenagelt waren. Können jetzt betreten werden. Und erkundet und gelootet werden. Und das finde ich ist auch eine sehr, sehr coole Mod. Und auch hierzu gibt es eine deutsche Übersetzung. Die können wir jetzt hier auch schon mal herunterladen. Und dann gleich im Nachgang direkt installieren. Und dann gucken wir gleich mal hier rein, ob er schon beides hat. Beamtown Directy. Das ist deutsch. Genau da oben ist deutsch. Wir installieren erst die Standard Variante. Das macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Und dann packen wir die deutsche Version direkt dahinter her. Und fertig. Sollte ich natürlich auf dem Walk Ally oder Legion Go unterwegs sein. Dann solltet ihr das Ganze über einen Vortex Mod Manager machen. Das macht das Ganze nochmal wesentlich einfacher. Und hier Unlimited Companion Framework empfehle ich definitiv. Ich meine, das muss ich auch sagen. Das ist mir in die Tage auch aufgefallen, als ich die Fallout Serie gesehen habe. Lucy, die Hauptdarstellung, war immer nur mit einem Begleiter unterwegs. So wie man es aus Fallout 3 oder Fallout 4 oder Fallout New Vegas kannte. Aber ich finde, spätestens neben Dogmeat sollte man noch einen menschlichen Companion dabei haben dürfen. Und hier brauchen wir keine Übersetzung oder sonstiges. Das Ganze können wir hier parallel installieren. Jetzt müssen wir hier den ganzen Kram auch nochmal aktivieren. Das habe ich nämlich vergessen. Und We Are Minutemen. Bessert dieses ganze Minutemen Behavior oder diese Gruppierung. Bessert das enorm auf. Auch wie das Basenbau. Das ist eine coole Mod. Da habe ich echt viel Spaß mit gehabt. Und auch hierzu gibt es eine deutsche Übersetzung. Die packen wir hier auch mit rein. Und dann können wir auch gleich schon hier. NPCs Travels. Weil das ist auch eine coole Mod. Dann sind wesentlich mehr NPCs unterwegs im Ödland. Damit sich das Ganze ausgestorben wirkt. Und auch hierzu gibt es dann dementsprechend eine deutsche Übersetzung. Weil wir laden das Ganze mal runter. Dann auch hier die deutsche Übersetzung. Und dann installieren wir diese zwei Mods inklusive ihrer Übersetzung im Nachgang. So. Und jetzt installieren wir das Ganze hier einmal. Und wir waren es jetzt letzten Endes. Waren wir bei Minutemen. Da drücken wir dann auch OK. Dann machen wir die deutsche Fassung von We Are Minutemen Deutsch. Packen die on top. Und ich sehe schon. Ich muss mich mal so ein bisschen hier in die Mitte bewegen. Weil wir hier schon ein bisschen bei den ganzen Häkchensätzen da ins Bild geraten. Und wir waren jetzt zuletzt bei NPC Travels. Nochmals kurz als Reminder reingeschaut. Und da müssen wir mal schauen. Deutsch NPC Travel ist hier. Also müssen wir nochmal gucken. NPC Travels auf Englisch. Was wir heruntergeladen haben. Dümdüdüdüdüdüdüm. Da. Fallout 4. Und dann die deutsche Variante dahinter. Dann die englische Anhaken. Die deutsche. Und wir haben es. So. Knapp die Hälfte geschafft. Videos of the Wasteland ist noch ganz cool. Da könnt ihr nämlich auf diesen ganzen Videogeräten, die ihr im Wasteland findet, noch euch Videos anschauen. Und auch hierzu gibt es natürlich eine deutsche Übersetzung. Damit die Videos auch dementsprechend auf Deutsch sind. Und ja, bringt keinen spielerischen Mehrwert. Aber macht wirklich, finde ich, von der Atmosphäre her sehr, sehr viel aus. Und kostet halt auch nicht wirklich Leistung. Dementsprechend. Und auch hier würde ich einfach mal auf Weiter klicken. Wie gesagt, hier müsst ihr aufpassen, dass ihr auch die DLC Varianten habt. Und hier muss ich gerade nochmal schauen. Nein, das passt. Und weiter und installieren. Das war es dann soweit. Und dann nehmen wir noch die deutsche Fassung. Auch hier hinterher. Deutsche Übersetzung. Das wird letzten Endes nur die ESP Übersetzung sein. Und doch Soundfiles wurden auch noch mit hinzugefügt. Das weiß ich. Und dann gucken wir mal weiter. Das ist einer der wenigen wirklichen grafischen Mods. Da werden die Ghule ein bisschen aufgewertet. Die Ghule werden ein bisschen gruseliger. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Mod. Ansonsten war ich von so Texturreplacern für Kreaturen nicht so angetan. Aber Decay hat es mir angetan. Und auch hier natürlich wieder mal, wie sollte es anders sein, eine deutsche Übersetzung. Und auch das Ganze installieren wir hier einmal Decay 2.2. Man sieht schon, das ist gar nicht so klein. Da steckt schon ein bisschen was drin. Und auch hier dann einmal die deutsche Übersetzung starten. Und die ist natürlich relativ klein, weil das ist nur die ESP, die übersetzt ist. Und da gucken wir nochmal weiter. Ja, das macht die Beleuchtung von Innenräumen wesentlich realistischer und auch atmosphärischer. Entharnen Slides und FR, FX. Und auch hier eine deutsche Fassung. Wie gesagt, mir war es mal ganz wichtig. Weil das Problem ist ja, Mods, die auf Bereiche zugreifen, die haben dann im Zweifel sonst wieder für diese Bereiche die englischen Namen übernommen. Und das reißt dann immer so ein bisschen raus. Kann man im Zweifel mitnehmen. Lass dieses Candle, lass das weg. Frisst zu viel Performance, meines Erachtens. Und dann die deutsche Fassung hinterher. Zack, zack, abhaken. Und gleich haben wir es geschafft, Freunde. Muss ich mir gucken. Das ist eine richtig geile Mod, die eine Mark richtig was bringt. Nämlich Fallout Point Lookout. Point Lookout war ja ein DLC für Fallout 3. Und das bringt euch ein riesiges neues Gebiet direkt in Fallout 4. Und die Mod ist auch ein bisschen größer. Wir sehen es hier 4,2 Gigabyte. Aber die lohnt sich definitiv. Und dann gibt es hier natürlich auch eine dementsprechende deutsche Übersetzung. Und hier gibt es nochmal teilweise deutsche Sprachausgabe. Die nehmen wir dann aber auch mit. Genau, Manual Download machen wir. Und wir sehen, Point Lookout dauert noch ein Weilchen. Deswegen gehen wir einfach weiter. Das sind keine Mods, die sich gegenseitig jetzt beschneiden oder überschreiben. Workshop Framework. Bessert nochmal das ganze Workshop Verhalten. Also wenn man an der Wertbank ist, enorm auf. Und sollte man auch auf jeden Fall mitnehmen. Und auch hier gilt auch wieder deutsche Übersetzung vorhanden. Und das machen wir doch glatt. Deutsche Übersetzung. Download. Und während Point Lookout noch lädt, machen wir schon mal die Framework, äh Workshop Geschichte fertig. Zack, installiert. Und Workshop Deutsch. Zack, installiert. Framework aktivieren. Aktivieren. So, da lädt noch ein bisschen was. So, das können wir schon mal runterladen. Den inoffiziellen Fallout 4 Patch auf Deutsch. Den haben wir schon mal runter. Braucht man aber auch alle Add-ons. Also das funktioniert prinzipiell alles nur mit der deutschen Variante. Und dann gab es hier nochmal einen Nachgang, einen inoffiziellen Deutsch Patch. Auch den sollte man dann nochmal einen Nachgang laden. Und Extended Dialog Interface. Das braucht man auch nochmal für Point. Und Lookout. Jetzt gucken wir mal, was hier noch war. Ja, hier habe ich mich mit dem Mod Organizer dementsprechend installiert. Und so, jetzt gucken wir nochmal, was uns jetzt hier noch fehlte. Ähm, Extended Dialog Interface. Das installieren wir auf jeden Fall. Das können wir aktivieren. Und weil ich ja jetzt hier so schnell durchgeklickt habe. Genau, den inoffiziellen Unofficial Fallout Patch. Deutsch. Zack, zack, aktivieren. Und inoffiziell der deutscher Fallout Patch. Auch den können wir aktivieren. Jetzt gucken wir mal, Point Lookout ist heruntergeladen. Und das installieren wir jetzt auch nochmal. Point Lookout. Wo haben wir es denn? Dort. Und das wird natürlich ein bisschen länger dauern jetzt von der Installation her. Wobei ich immer wieder staunt bin, wie schnell das Steam Deck bei so großen Datenmengen ist. Da bin ich ein bisschen oldschool. Für vier Gigabyte Datentransfer habe ich schon teilweise halbe Tage hinter mich verbracht. Ob mit USB 1 oder so, keine Ahnung. Also das waren noch Zeiten. Und hier sehen wir, wie vier Gigabyte Sekundenschnelle hier durchrasen. Es ist ein Wahnsinn. Es ist von nie versiegender Freude für mich. Einfach Wahnsinn. Wie schnell das heutzutage alles geht. Und das ist auch gut so, weil Geduld habe ich nicht. Für Geduld habe ich keine Zeit. Und es ist vollbracht. Das können wir aktivieren. Dann nehmen wir Point Lookout Deutsch. Und dann noch die teilweise deutsche Sprachausgabe. Und Bäm, Junge. Bäm. Und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Ja. Sieht gut aus. So, jetzt schiebe ich mich nochmal ganz kurz hier rüber. Und jetzt müssen wir mal gucken. Von der, ähm. Ja, warte mal. Ja, doch. Wir wollen sie sortieren. So. Und jetzt sortiert er die automatisch. Das ist Loot. Das ist ein extra Plug-in dafür. Erledigt. Und er sortiert das in der, ähm, in der richtigen Reihenfolge, ähm, die meines Erachtens nicht hundertprozentig sauber ist. Ähm, ich, den inoffiziellen Patch würde ich nach unten schieben. Na, geht das? Ja, ne, hat er nicht ganz. Äh, hä? Kann ich den nicht nach unten schieben, so? Äh, Ladereihenfolge binden. Nein, Ende. Genau. So. So. Eigentlich mit dem Sortieren. Obwohl, Loot macht das richtig. Hört nicht auf mich. Loot macht das eigentlich meines Erachtens richtig. Der sortiert das schon ganz gut. Und jetzt können wir auswählen zwischen Forward Launcher und Forward Script Extender. Und wir starten doch einfach mal testweise in ein Spiel hinein. Und gucken mal, wie das Ganze dann am Ende ausschaut. So, und dann sind wir hier schon im Spiel drinne. Und dann können wir hier, gehen wir einmal auf Laden. Ich will hier jetzt einfach mal ein Save Game aus. Wo halt auch schon diese ganzen Mods installiert waren. Das ist ja schön über Cloud Save. Das ist bei mir auf dem Lied und Go auch schon gelaufen so. Also wie gesagt, ihr müsst vorher noch die Kompatibilität ändern. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt haben wir zum Beispiel von Beantown Interiors ein Optionsholoband hineinbekommen. Videos of the Wasteland. Ähm. Das kann jetzt durchaus sein. Ähm. Habe ich so vorher nicht gehabt, weil ich jetzt nochmal die Mod installiert habe. Also, das hatte ich bei der Originalinstallation nicht. Das dürfte euch nicht passieren. Jetzt gucken wir nochmal rein. Jetzt habt ihr nämlich hier bei den Daten, also beim Inventar, Hilfsmittel, diverses, für TwoStorm. Habt ihr Einstellung, TwoStorm Wetterbeinstrum, Begleitmodul für Begleiter und Einstellung Beantown Interiors. Jetzt gucken wir nochmal Wetter beeinflussen. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, damit ihr mal seht, wie cool diese Wettermod schon alleine ist. Das nehme ich mal hier im Wetter und wir nehmen jetzt einfach mal radioaktiver Sturm. Und das macht schon mal eine ganz andere Atmosphäre, wenn hier im Hintergrund ein Sturm läuft. Und jetzt haben wir hier auch den inoffiziellen Patch. Diese Nachricht wurde vor 200 Jahren aufgezeichnet. Und dieses Wetter wird natürlich zufällig gesteuert und so weiter. Aber das macht nochmal eine Menge Atmosphäre aus. Was ich noch empfehlen würde, ist bei TwoStorms bei den Einstellungen auf jeden Fall die Effekte auszuschalten, zum Beispiel radioaktiver Regen und, und, und. Aber das könnt ihr ja alles nach dem Gusto einstellen. Schaut euch die Sachen auf jeden Fall an, auch beim Begleitermodul. Können ihr noch Einstellungen vornehmen? Ändern sie Einstellungen, unbegrenzt Munition, schneller Recruit und, 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 nicht erlaubte Gefährten ablegen und, und, und. Also es macht einfach alles sehr, sehr viel Spaß. Ebenso Einstellungen für die Beantown Interiors. Da gibt es nämlich, da müsst ihr gar nicht viel einstellen, da gibt es noch ein paar Einstellungen für Quests. Da werden nämlich noch zusätzliche Quests generiert. Also, jetzt machen wir noch mal ein anderes Wetter in TwoStorms Wetter beeinflussen. Und wir nehmen jetzt einfach mal radioaktiv bedeckt. So, das war eine Meldung für TwoStorms. Und, sieht gut aus. Jetzt hier so rein durch die Gegend schauen. Und jetzt machen wir einfach noch mal zum Vergleich am klarsten. So. So schick aus. Und es läuft sehr, sehr, sehr gut, das Spiel. Das, so. Das sieht doch alles sehr, sehr nice aus. Das läuft. Also wie gesagt, das sind die Mods, die ich so empfehle. Ähm, diese Fehlermeldung vom Workshop. Könnt ihr ignorieren. Das ist jetzt mit meinem Safe Game geschuldet, dass er sich da so ein bisschen verhaspelt hat. Also liebe Freunde, da kann ich an der Stelle nur sagen, da hinten ist CodeSwerp, der wartet auf uns. Und an dieser Stelle sage ich nur, ähm, irgendwelches Feedback würde ich mich freuen. Schreibt es gerne in die Videokommentare, wenn auch irgendwelche Rückfragen sind auf jeden Fall. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Mod-Empfehlungen für Fallout hier auf den Steam Deck. Als auch auf den Legion Go und den Rock Ally. Wie gesagt, dort nimmt am besten unter Windows den Vortex Mod Manager. Da funktioniert das, äh, am einfachsten als manuell zu installieren. Definitiv. Also, ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ansonsten sage ich wie immer nur, once you get a deck, you never go back. Und ich schaue wieder zurück ins Ödland. Und da hinter manche Eck. Also liebe Freunde, bis dann.